So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich ist es mitten in der Nacht, ne? Ich gucke gerade den SummerSlam, habe extra jetzt gewartet, bis das Match AJ Styles gegen, äh, wie heißt der, Dicke Ramses, ne? Ne, warte, gegen Samoa Joe, bis das Match AJ Styles gegen Samoa Joe aus ist. Habe gedacht, weil ich das gesehen habe, dass das jetzt so veröffentlicht wurde, schon wieder in irgendwelchen Artikeln, sonst was, das übelst interessant ist, ich will nicht sagen mega interessant. Und weil Sabrina noch kein Video dazu gemacht hat und Spiele-Trend auch nicht, glaube ich, hoffe ich, habe ich gedacht, gönne ich mir kurz mal die Auszeit, solange wieder Weiber-Matches drauf sind, äh, ich gucke mir nur Männer im Schlüpfer an, nicht Frauen, äh, und wir gucken mal, was es Neues gibt. Es wurde wieder ein Datamine rausgebracht, ein Mega-Update, Pokémon GO-Datamine, Text-Updates, Mega-Entwicklungen, Spezialforschung und mehr. Jetzt seid gespannt, guckt euch das an, was hier los ist, der Max Beckmann von GO Games, die haben da wieder was, äh, rausgebracht. Hinweise zu Datamines gucken wir uns jetzt nicht an, das müsstet ihr eigentlich schon kennen. Ihr habt ja auch ein dickes, fettes Inhaltsverzeichnis und wir kommen direkt erstmal zu Mega-Medaillen. Aus der letzten Datamine ging bereits hervor, dass es passend zu den Mega-Entwicklungen gleich zwei neue Medaillen im Pokémon GO geben wird. Die Texte der Medaillen sind nun ebenfalls im Code entdeckt worden, sodass wir zumindest die Namen der Medaillen kennen. Also, das ist, zählt auch Doppelte, ne? Verstehst du? Alles. Wenn ihr zehnmal das gleiche Mega entwickelt, habt ihr zehnmal die Medaille, äh, zehn Kauten da auf der Medaille. Dann gibt es aber noch Mega-Entwicklungs-Guru. Das ist die Medaille für die Anzahl der einzigartigen Entwicklungen, von denen es maximal 48 gibt. 48 Mega-Entwicklungen, eine Medaille, Guru, 48 Stück, einzigartig. Das klingt auf jeden Fall auch richtig heftig und ich bin Medaillensammler, seid ihr auch Medaillensammler? Äh, beste Freunde-Medaille, also für die, für die Kumpel-Pokémon. Die nervt mich jetzt schon, die Rocketrübel haben die ganze Zeit genervt, das ist okay. Foto-Fotobomb-Medaille, auch übelst nervig, aber durch die ganzen Events und Sachen wird das ja auch immer zu gepusht. Jetzt noch was Interessantes, was man natürlich sammeln kann, die Successor-Medaille, die, äh, Guru-Medaille. Aber mal gucken, wie lange das dauert, denn es werden ja sicherlich nicht alle Sachen gleich ins Spiel kommen. Dann wird es wohl eine Spezialforschung geben. Eine Mega-Entdeckung. Texte für eine neue Spezialforschung mit dem Titel Eine Mega-Entdeckung wurden ebenfalls in der Data-Mine entdeckt, da es sich um ein sehr interessantes Feature handelt. Sodem bislang kaum etwas bekannt ist, haben wir uns die Mühe gemacht, die Dialoge für euch aus dem Englischen sinngemäß zu übersetzen. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel spoilern. Hier sind vier Dialoge, eine Mega-Entdeckung. Teil 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4. Informationen aus dem Dialog zusammengefasst, weil das ist das, was uns interessiert. Zusammengefasst können wir also aus dem Dialog folgende Informationen über Mega-Entwicklungen in Pokémon Go herausfiltern. Scheinbar sind nicht alle Mega-Entwicklungen zu Beginn verfügbar. Kein Problem. Wäre meiner Meinung nach auch zu langweilig. So kann man sich einfach auf was Bestimmtes konzentrieren. Nach und nach alles freischalten. Mega-Bibor scheinen die erste Mega-Entwicklung zu sein. Warum Bibor? Gut, es ist Sommer, es ist warm überall, es sind Wespen. Aber egal, wird eh alles mitgenommen. Nehmt Mega-Bibor mit. Hätte zum Honda-UC-Day gepasst. Jetzt ist schon vorbei, Mega-Bibor. Die erste Mega-Entwicklung. Der kriegt also seine eigene Spezialforschung, seine Mega-Forschung. Glurak, Turtog und Bisa-Flor sind als Mega-Raids verfügbar. Was war da denn los? Mega-Raids? Die sind groß und brutal. Ihr bekämpft die normal. Fangt die Mega-Entwicklung und habt die dann. Oder die schrumpfen nach dem Kampf und ihr fangt die normalen Endstufen davon. Beziehungsweise selbst wenn ihr die als Mega-Entwicklung fangt, schrumpfen die ja spätestens in eurem Beutel dann irgendwann. Weil das ist ja nur Temporäa. Das hält ja nicht ewig an. Aber so ein Mega-Glurak zusammen besiegen. Ein Mega-Turdog. Mega-Bisa-Flor. Das klingt auf jeden Fall richtig heftig. Und sieht bestimmt auch übelst brutal aus. Dann haben wir noch Mega-Energie. Muss für jedes Pokémon gesammelt werden und wird mit jeder Entwicklung verbraucht. Okay. Mit jeder weiteren Mega-Entwicklung werden die Energiekosten gesenkt. Mega-Energie kann unter anderem in Raids gesammelt werden. Das passt sich sehr gut, wenn man viel raidet und dann auch seine Pokémon mit Testosteron aufpumpt. Und Mega-Pokémon können aktuell nicht in der Go-Battle-League eingesetzt werden. Aber es steht da aktuell nicht. Würde wohl heißen, vielleicht kommt das ja trotzdem auch noch. Vielleicht gibt es dann auch den Mega-Cup neben dem Premier-Cup, den Mega-Cup. Mega-Raid-Effekte. Professor Willow suggeriert im Dialog, dass man Mega-Entwicklungen mit in den Raid nehmen soll, um zu sehen, was passiert. Aus der Dardamine geht hervor, dass Mega-Entwicklungen einen Effekt auf andere Pokémon im Raid haben. Ähnlich wie das Wetter verstärken Mega-Pokémon Attacken anderer Pokémon im Raid, auch wenn sie selbst keine Mega-Pokémon sind. Das ist auf jeden Fall brutal, wenn euer ganzes Team plötzlich übelst gehypt ist, nur weil da ein dicker Guru dabei ist. Hier ist jedoch zu erwähnen, dass hier scheinbar nur ein Typ verstärkt wird, was vermutlich der primäre Typ des Pokémon sein wird. Bei Bibor, einem Pokémon vom Typ 1 Käfer, Typ 2 Gift, würden also in diesem Falle Attacken des Typs Käfer verstärkt werden. Es wäre allerdings auch denkbar, dass Niantic hier auch später mehrere Typen zulässt. So, außerdem erhöhen Mega-Entwicklungen die Geschwindigkeit. Wie genau sich dies auswirkt, ist zwar noch nicht klar, doch aus der vorherigen Datamine ging bereits hervor, dass Spieler mehr Items bzw. mehr Boni erhalten, je schneller ein Raid besiegt wird. Ja gut, die sind schneller, die greifen schneller an, die machen mehr Schaden, die sind einfach brutaler, einfach mega halt. Da gibt es mehr Boni auch, was für Boni? Mega-Entwicklung? Die Mega-Entwicklung selbst läuft relativ simpel ab und der Spieler wird gefragt, ob er dieses Pokémon wirklich entwickeln möchte. Okay, brrrr, und dann platzt der Beule. Die standardisierte Frage, die auch bei der regulären Entwicklung gestellt wird. Interesant ist jedoch der Hinweis, dass man nur ein einziges zeitgleich Pokémon Mega entwickeln kann. Wenn man zusätzlich ein zweites Pokémon Mega entwickelt, entwickelt sich das vorherige Pokémon wieder zurück. Da geht immer eins hoch, eins runter, also der eine schrumpft, der andere wächst immer hin und her. Das ist bestimmt auch sehr lustig. Zeitraum der Entwicklung? Auch diese Information war bisher nicht bekannt. Bislang war nur klar, dass eine Mega-Entwicklung zeitgleich begrenzt ist. Doch nun kennen wir auch in etwa die Größeneinheit, mit der wir rechnen müssen. Wer ein Pokémon Mega entwickelt, kann also mit mehreren Stunden rechnen, die sein Pokémon in dieser Form bleibt. So, und was bringt das? Ihr rennt, ja gut, wenn ihr es nicht als Buddy habt, rennt ihr auch nicht damit rum. Es ist dann in eurem Beutel, äh, in eurem Beutel, der Beutel, Es ist in eurem Beutel dann groß und dick und wenn ihr dann mit Arenen bekämpft, oh mein Gott, und wenn ihr dann das rausholt für den Raid, wenn ihr euren täglichen Raid-Pass wegmacht und dann einmal am Tag kurz so 5 Minuten Raid und es hängt dann stundenlang einfach so groß in der Ecke. Okay. Äh, wo war ich denn jetzt? Wie hoch genau die Anzahl der Stunden ist, wissen wir nicht. Doch, es sind mindestens 2 Stunden, da Auas Plural ist. Auas. Na gut, wenn ihr das... Was macht man denn in 2 Stunden mit dem Mega-Pokémon? Gut, wenn man eine Raid-Tour macht, dann ist das auf jeden Fall sehr cool, wenn man das hat und die ganze Zeit mit denen dann drauf catcht und das ganze Team verstärkt. Warnmeldungen. Wer zu wenig Energie hat, der kann seine Pokémon nicht Mega entwickeln. Das Spiel weist einen mit einer kurzen Fehlermeldung darauf hin, dass man mehr Energie sammeln muss. Außerdem können Mega-Entwicklungen nicht getauscht werden, solange sie in diesem Stadium sind. Schade. Jetzt wollte ich doch glatt mein Mega-Mewtwo gegen einen Raupi abgeben, ne, aber geht leider nicht. Mega-Pokédex-Einträge. Mega-Pokémon haben einen eigenen Pokédex-Eintrag, da diese teilweise auch einen anderen Typ haben als die Vorstufe. Mega-Pokémon haben einen eigenen... ...Pokédex-Eintrag, da diese teilweise auch einen anderen Typen haben als die Vorstufe. Vielleicht steht's ja jetzt noch ein drittes Mal da. Interessant ist, dass auch Mega-Dian-C im Code hinterlegt ist, obwohl dieses Pokémon noch nicht im Spiel ist und vermutlich erst mit der nächsten Generation als mysteriöses Pokémon eingeführt wird. Auch Krypto-Kyokre... Ah... Nicht Krypto. Auch Proto-Kyokre und Proto-Kraudon werden unter den Mega-Entwicklungen gelistet, obwohl diese technisch gesehen keine Mega-Entwicklungen sind. Dennoch sind dies noch stärkere Formen von Kroton und Kyokre. Die sehen auf jeden Fall auch heftig aus. Der Schwanz wird breiter und ist vor Lava. Und das andere, ähm... Joa... Ist und bleibt ein Raumschiff. Mega-Feldforschungen. Es wird eigene Feldforschungen geben, die mit Mega-Entwicklungen zusammenhängen. Noch ist jedoch nicht klar, ob diese im Rahmen einer Spezialforschung zum Einsatz kommen oder ob diese in den Pool der regulären Feldforschungen übergehen und somit an Pokestops erhältlich sein werden. Ähm... Joa, wenn ihr so einen Pokestop dreht und könnt über eine Feldforschungsaufgabe eine normale dann auch vielleicht Energie gewinnen, die ihr zum Entwickeln benötigt. Oder eine Aufgabe ist dann vielleicht, äh, entwickelt das mal zu einem Mega-Pokemon. Und was gibt's dann als Belohnung dazu? Weiß ich nicht. Wieder Energie, natürlich. Was auch sonst. Achso, Mega-Entwicklung. Mega-Entwickle Turtog. Mega-Entwickle Glurak. Mega-Entwickle Bisaflor. Mega-Entwickle X-Pokemon. Mega-Entwickle Ein-Pokemon. Ist ja auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Diese Feldforschungen lassen darauf schließen, dass auch die Kandostatter ebenfalls gleich mega entwickelt werden können. Ähm... Kämpfe in X Mega-Raits. Kämpfe in einer Mega-Rait. Gewinne X Mega-Raits. Gewinne in einem Mega-Raits. Mega-Raits scheinen also laut dada meinen zeitgleich mit den Mega-Entwicklungen eingeführt zu werden. Wie gesagt, was macht man dann damit? Da ist ein Mega-Po gewonnen und ihr fangt das Und dann habt ihr es für den Mega-Po-Gedex Aber dann schrumpft das zurück Wäre natürlich eine coole Sache auch, den Mega-Po-Gedex zu füllen Mit seinen heftigen Biestern gegen noch heftigere Biestern anzutreten Das würde für die Raid-Kämpfe wahrscheinlich richtig brutal werden Ich hoffe, das ist nicht einfach nur Ihr kämpft gegen einen Mega-Bieser-Floor Und im Fangbildschirm ist es ein normales, in dem Sinne Sodass ihr eigentlich nur kurz das Monster vor euch habt Aber das euch nichts bringt für den Mega-Po-Gedex Und ihr eigentlich sowieso nur diese Normalformen alle fangen könnt dann Also ich hoffe schon, dass man auch das Mega-Po-Gemon in dem Sinne fangen kann Für den Mega-Po-Gedex Äh, Raid-Einschränkungen, diese Einschränkungen Raid-Einschränkungen, diese Einschränkungen Wieso habe ich ein Problem mit dem Wort? Diese Einschränkungen haben nicht notwendigerweise etwas mit Mega-Entwicklungen zu tun Sondern vielmehr mit besonderen Pokémon in Raids Wie etwas regionale Pokémon Die Warnmeldung lautet explizit Du kannst keine Freunde zu Raid-Kämpfen gegen manche legendären regionalen oder Event-Pokémon einladen Welches regionale Pokémon fällt euch auf Anhieb ein, was eine Mega-Entwicklung hat? Schreibt es mal in die Kommentare Jetzt habe ich ein, Scaraborn Heftig Gut, ja Obwohl, warum nicht? Wenn Scaraborn normal in einem Raid wäre Könnte man dann nicht Einen Freund zu einem Scaraborn Raid einladen Dass der sich das snaggen kann Aber es gibt ja keine Es gab es bisher schon mal kontinentale Ja gut, Lunarstein, Sonnfell Aber das war ja dann während des Events, wo beide gleichzeitig da waren Mega-Entwicklungen, also kontinentale Mega-Entwicklungen Regionale Wird wohl nicht gehen, dass das eingeschränkt wird Regionale Event-Pokémon und Legendäre Okay Aber alles nur In Bezug auf Mega-Entwicklungen Sollte ein Raid also unter diese Kategorie fallen Erscheinen die Meldungen Einladen von Freunden zu diesem Raid nicht möglich Diverse Mega-Texte Mega-Pokémon können nicht in Arenen gesetzt werden Trainer werden explizit darauf hingewiesen Wenn ein Mega-Pokémon den Kampf betritt Mega-WP werden andersfarbig angezeigt Ähnlich wie beste Kumpel-WP Das ist auf jeden Fall cool Farbe der Mega-WP-Anzeige Grün Ist das grün? Sieht aus wie ein Schlauch da hinten, oder? Ähm, warte mal Achso, ich dachte, es stand jetzt, dass das hier, ähm, türkis ist Hinweise auf Mega-Event In der Data-Mine kamen außerdem Texte für die Heute-Ansicht zum Vorschein Die auf ein Mega-Event-Universe Boni im Event hinweisen Zusätzlicher Schaden bei Kämpfen mit Freunden Äh, Schaden Mega-Kampf-Herausforderung Rübel? Dreimal verlängerte Mega-Zeit Statt zwei Stunden sechs Mega-Raid-Herausforderung Alle aufs Mega-Scaraborn Erhöhte Anzahl an Raids Nimm zwei Statt einem Doppel Event-Thema... Was? Event-Thematische Fotobombs Ich bin Mega-Groudon Ich komme aus der Fotobomb Das ist ja Pro-Proton 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 Doppelte Knurrsdauer Reicht die Reicht die normale eigentlich nicht aus? Fazit Wie es scheint, nehmen die Mega-Entwicklungen in Pokémon Go Immer mehr ihre Form an Und diese Data-Mind Deutet darauf hin Dass wir schon sehr bald Die ersten Mega-Pokémon in Pokémon Go sehen Ob es letztendlich wirklich so schnell geht Wie die Data-Mind vermuten lässt Wird eine offizielle Ankündigung von Eine Ankündigung von Niantic zeigen Okay Danke lieber Max Beckmann Das auf jeden Fall Heftig, oder? Viel Heftig viel Neue News Mega-News Auf jeden Fall Auf was freut ihr euch am meisten? Auf die Mega-Entwicklungen natürlich Das klingt alles erstmal ein bisschen viel Mal gucken Pokémon Go Verändert sich einfach komplett so sehr Immer mehr Also wenn man das vergleicht Vom Anfang und jetzt Und was da noch alles reinkommt Und was es noch alles gibt Und was noch alles integriert wird Ich warte immer noch auf Andere Bälle Und andere Bären Zusätzlich Da gibt es ja noch so viel Auswahl Dass das alles noch reinkommt Eine Shiny-Bäre Du gibst sie auf das Pokémon Und dann wird es nach dem Fangen Einfach Shiny Bam Gibt es sowas? Weiß ich nicht Ich kenne mich damit nicht aus Ich wollte jetzt informieren Wie gesagt Ich habe bei den anderen noch nichts Darüber gesehen Das hat mich jetzt aber Nicht ruhen lassen Dass ich meinen SummerSlam Nicht weiter gucken konnte Jetzt ziehe ich mich aber wieder zurück Aufs Sofa Morgen früh um 6 Ist ja schon wieder gleich Der erste Heatran Raid mit einladen Community Zeugs Also Schlaf Heute eher weniger Das war es von meiner Seite aus Schreibt mal eure Meinung Unten in die Kommentare rein Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Bis dahin Bis dahin